Ja, super. Jetzt sind alle geschwächt. Traumhaft. Ist der geheilt worden? Tod. So, Ruhe im Puff. Autsch. Okay, Regeneration auf dich selber ist sinnvoll im Moment, ja. Wiederherstellung auf dich. Heilt euch bitte alle selbst. Der Schurke muss kämpfen. So, der hat auch noch keine Schwächung drauf. Das macht ihn auch ultra gefährlich. Oh, jetzt haben sie alle keine Schwächung mehr drauf. Ein Traum. Und da ist auch schon der nächste Down. Es macht, glaube ich, in der Konstellation keinen Sinn. Wir brauchen Kohle, wir brauchen neue Rüstungen. Mehr hilft nicht. Also, zieh die Agro auf dich. Zack, zack, der ist kaputt. So, ich möchte nochmal sicher gehen, dass die Schwächung bleibt. Zack. Doppelschlag. Nö, 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 nö. Ähm, Wiederherstellung auf unseren Pala. Zack, mit einem Schaden. Das ist so, so effektiv. Ich könnte mir natürlich jetzt noch einen Mana-Trank reinpfeifen. Äh, macht keinen Sinn. Hallo. Ja, Zirkel hat auch nicht viel Sinn gemacht. Irgendwas macht immer keinen Sinn. Ähm. Angriffselixier. Hm. Mal ausprobieren. Probieren geht über studieren. Zack. Warum hat er gerade Schaden bekommen? Äh, oh, Mist. Schwächung ausgelaufen. Äh, hm, hm. Hm, hab ich gemerkt. Hab ich gewusst. Das ist Strategie. Zack, weg. Ah, ah. Shit. Ganz ruhig. Alles wird gut. Gar kein Pfeifen. Oh Gott, der reicht gar nicht aus. Ah. Okay. Wiederherstellung. Alles wird gut. So. Schild ist wieder da. Puh. So, sehr gut. Oh, yeah. Nein, keine Schwächung. Wiederherstellung auf dem Paladin. Wir müssen ihn ein bisschen hochziehen wieder. So. Und Schlag des Anführers. Doppelschlag ist mal wieder besetzt. Quasi. So, der letzte noch. Der wird nochmal geschwächt. Oh, 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 oh. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Kampf hier schaffen. Ja, oder diesen Dungeon. Äh, ich muss den Jäger holen, ne? Ich weiß, die Scheißteile kosten viel Kohle, aber... Ich muss den Jäger wiederholen, sonst kriegt der keine EP. Der muss mindestens EP kriegen. Zack, tot. Äh, ich muss den Jäger. Der Druid ist nicht so wichtig, aber der Jäger. Ach Gott, kurz vorm Level ab. Krieg's kotzen. Ähm, für 36 wiederbeleben. Ähm, und dann hätte der gerne noch einen kleinen TP-Trank. Das reicht nicht. Dann hätte der bestimmt gerne noch einen großen TP-Trank. HP. TP, HP, irgendwas. Ähm, okay. Ich nehm's jetzt einfach als Training, diesen Dungeon. Oh, wir werden geheilt. Hoffe ich. Heilquelle gefunden. Oh, 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 oh. Ähm, da runter. Gib mir den Scheißschlüssel. Oh Gott, ne Falle. Äh, ich möchte jetzt keine Tränke nehmen, ehrlich nicht. Äh, mach da lang. Fuck, Kampf. Scheiße. Äh. Hey. Warum meldet sich Dropbox schon wieder? Moment. Ich hoffe, die Aufnahme beendet sich nicht, wenn ich das wegklicke. Okay. Hat offenbar nichts getan. Sehr schön. So. Papapapapam. Der Tod ist nah. Ja, das sehe ich für dich. Ähm, heiliger Schild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ein Fehlerungehalt. In den nächsten Kampf zu gehen. Oh, 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 oh. Zack. Papapapam. Nicht sterben. Bös. So, du machst mal Blitzheilung auf dich selbst. Okay, du musst dich selber wieder herstellen. Bleibt nichts anderes übrig. Wenn der Jäger stirbt, dann stirbt der Jäger eben. So, äh, auch der muss den Heiler heilen. Kein Doppelschlag. Ich krieg's kotzen, ey. Viel zu wenig Mana. Na, der Jäger hätte natürlich auch einen Trank nehmen können. Na, das wär zu einfach gewesen. Verdammt. Shit. Okay, jetzt machen wir auch mal die Schwächung. Etwas übertrieben für den einen, der da nicht mehr so viel hatte, aber okay. Blitzheilung, bitte. So. Ähm. Ja, Schurke kann wieder einen Doppelschlag. Ich muss den Jäger gleich wiederholen. Ich weiß, das ist Verschwendung der Phönix-Dinger. Aber genauso braucht auch der Heiler Mana. Der kriegt mal einen großen, der ihm auch gerade so eben reicht. Und du bekommst mal einen kleinen, den wir noch haben. So, und du machst nochmal bitte Blitzheilung. So, können wir dich vielleicht irgendwie von den etwas nicht Kämpfer-artigen Klassen kaputt kriegen? Hm, nicht so wirklich. Ähm. Wie wär's mit einer Heilung für den Paladin? So. Die heilen sich. Die heilen sich ein bisschen hoch, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, Schwächung. Das hat nämlich jetzt wieder nicht gereicht. Fuck off. Aber das hat gereicht, sehr schön. So. Paladin einmal ein bisschen heilen. Doppelschlag. Ah, da fällt mir ein, ich muss ja die Sterbemaus wiederholen. Damit er die EP noch mit abkriegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Verschwendung ist oder nicht. Ehrlich nicht. Ai, ai, ai. Okay. Ordentlich Gruppen-EP bekommen. Er hat ein Level-Up. Das verbessert ihn zumindest schon mal. Konzentration. Verlängert den Zielvorgang, steigert den Angriffswert, Kosten, Initiative. Was macht denn Initiative? Kritischen Schaden in Höhe von 31%. Pfeilhagel plus vier weiter und Feinden mehr Schaden. Ja, wir machen den Pfeilhagel besser. Der ist im Moment mit das, was uns hier am meisten hilft. So, das sieht halbwegs gut aus für den nächsten Raum. Let's go. Ach, ein Traum. So, aber ich nutze jetzt jeden einzelnen verfluchten Raum. Eins, Schatz. Es ist traumhaft. Kein Nachahmer. Oh, eine Anspielung. Äh, falsch. Hallo? Da. So, was haben wir hier? Ein Kampf, ne? Ne, noch ein Schatz. Ach. Drei Pfennig quasi. Verdammt nochmal. Okay, Feilung. Wie sieht das aus? Haben wir noch was Kleines? Schwacher TP-Trank. Bringt dem wahrscheinlich gar nichts. Nein. Der vielleicht ein bisschen... Äh, ist auch Quatsch gewesen. Okay, der kriegt jetzt... Nein, der kriegt nichts. Wir sind jetzt halbwegs vorbereitet. Puh. Ah, ne, Moment. Da müssen wir ja auch noch einen, ne? Ne, da war der Schlüssel drin. Ach so. Verstehe. Äh, okay. So. Herzschuss. Ähm, Doppelschlag. Heiliger Schild. Ähm, Zorn der Bestie. Er hat zwar widerste... Alter. Was ist zur Hölle? Okay, er ist echt ein übler Geselle. Wir haben noch einen DD. Verstehe. Nein, أtala. Genau, auf der Effete. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020